Ich begrüße dich zum zweiten Video über das Boxplot-Diagramm. Hier zeige ich dir, wie du ein Boxplot selbst zeichnen und beschriften kannst. Außerdem habe ich auch eine Aufgabe für dich vorbereitet, damit du sehen kannst, ob du auch alles richtig verstanden hast. Im letzten Video habe ich dir dieses Boxplot-Diagramm gezeigt. Jetzt erkläre ich dir, wie du es zeichnen kannst. Am besten nimmst du dir Zettel, Stift und Linear und zeichn es mit mir mit. Wenn es dir so schnell ist, kannst du ja jederzeit auf Pause klicken. Hier habe ich die benötigten Werte nochmal aufgelistet. Als allererstes brauchen wir eine Zahlengerade, die all unsere Werte beinhalten kann, also von 1 bis 9. Zur besseren Übersicht habe ich sie von 0 bis 10 gezeichnet. Als nächstes müssen wir unsere Werte einzeichnen. Das Minimum liegt bei 1. Das Maximum liegt bei 9. Dasselbe machen wir mit dem Median bei 3, dem ersten Quartil bei 2 und dem dritten Quartil bei 8. Jetzt sind wir schon fast fertig. Am Ende verbinden wir noch das erste und das dritte Quartil oben und unten, um eine Box zu erhalten. Daher auch der Name Boxplot. Das Minimum und das Maximum verbinden wir jeweils in der Mitte mit der Box. Farblich gestaltet sieht das Ganze so aus. Diese beiden Teile werden auch Antennen oder Whiskers genannt. Und schon haben wir unser Boxplot-Diagramm fertig gezeichnet. War doch gar nicht so schwer, oder? Hier habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. In einer Schulklasse wurde die Körpergröße von 21 Personen gemessen und in dieser Datenliste aufgeschrieben. Erstelle mit diesen Daten ein Boxplot-Diagramm und beschrifte es. Dazu nimmst du ein Blatt Papier, drückst auf Pause und versuchst, die Aufgabe selbst zu lösen. Wenn du fertig bist, lass das Video weiterlaufen und vergleiche dann dein Ergebnis mit meiner Lösung. Wie du schon aus dem Intro-Video weißt, müssen wir unsere Datenliste zuerst der Größe nach vom kleinsten zum größten Wert ordnen. Das sieht dann so aus. Jetzt können wir unsere benötigten Werte herauslesen. Wir starten mit dem Minimum und dem Maximum. In unserem Fall also 151 und 171. Als nächstes lesen wir den Median heraus. Dieser steht in der Mitte der geordneten Liste, also hier 161. Als letztes brauchen wir noch das erste und das dritte Quartil. Wir beginnen mit dem ersten Quartil, also dem Median der unteren Hälfte der geordneten Liste. Hier haben wir jetzt nicht nur einen, sondern zwei Werte, die in der Mitte stehen. Aus diesen zwei Werten bilden wir einfach den arithmetischen Mittelwert. Und schon haben wir unser erstes Quartil, 155,5. Beim dritten Quartil, also dem Median der oberen Hälfte, gehen wir genauso vor. Auch hier haben wir zwei Werte, die in der Mitte stehen. Also bilden wir wieder den Mittelwert dieser beiden. Das ist 167,5. Ich habe all unsere benötigten Daten in dieser Tabelle aufgelistet. Kommst du auf das gleiche Ergebnis? Mit diesen Werten kann das Boxflow-Diagramm gezeichnet werden. Das hast du ja hoffentlich schon gemacht. Die Schritte dazu habe ich dir ja auch schon vorhin gezeichnet. Also zeige ich dir jetzt gleich das fertig gezeichnete Diagramm. Das fertig gezeichnete Boxflow-Diagramm zur Aufgabe der Körpergrößen sollte jetzt so aussehen. Das Minimum ist bei 151. Das erste Quartil ist bei 155,5. Der Median ist bei 161. Das dritte Quartil ist bei 167,5. Und das Maximum ist bei 171. Sieht dein Boxflow-Diagramm auch so aus? Wenn ja, hast du alles richtig gemacht. Gratuliere! Das war es auch schon für dieses Video. Du kannst nun selbstständig das Minimum, das erste und das dritte Quartil, dem Median und das Maximum aus einer geordneten Liste herauslesen. Außerdem hast du gelernt, wie du damit ein Boxflow-Diagramm zeichnen und beschriften kannst. Im nächsten Video erfährst du, wie du Boxflow-Diagramme miteinander vergleichen kannst. Also dann, bis zum nächsten Mal!